Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu diesem Magister-Kuh-Video. Im Video ist das Schloss Stahlenberg, welches sich aus einer Burg entwickelt hat und sich in der Stadt Everding in Oberösterreich, Republik Österreich, befindet, zu sehen. Für weitere und differgehende Informationen verweise ich Sie auf die Beschreibung. Viel Vergnügen wünscht Ihnen Magister-Kuh-Video. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.